Meine Damen und Herren, heute Abend für Sie, Rosé Cicero! Zu dir sprangen alle Arme auf Rot und der einzig freie Parkplatz war im absoluten Heideverbot. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland fähre. Wenn sie dich fragt, was du an ihr am liebsten magst, dann sagst du, oh babe, worauf fang ich an. Wenn sie dich fragt, warum du denn der Frau dahinter her siehst, dann sag aus Schmitteleid, denn sie kommt nicht an dich an. Zieh die Schuhe aus, bring mir raus, pass auf, geh da auf und dann räum hier auf. Geh die Schuhe raus, nicht wieder bis um Eis, ich verstehe, was du sagst, aber nicht, was du magst. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Schinz und ab, schinz und ho!